Kalki ist auch wieder da. Ich hab gar keine Granate. Hab ihr Granaten? Nö. Hatte ich auch nie. Oh weh, ich find jetzt kein Leder-Swing-Cat. Ich hab eine Smeade. Echt? Ich hab eine Smeade. Jetzt zieht sie sich hier komplett aus. Ich hab zwei FAL-Magazine, wer will denn die? Ich? Wollte die eigentlich? Ja. Alles egal, ich hab jetzt keine. Okay. Ich hab eine Smeade gesehen. Okay. Ich hab zwei FAL-Magazine. Ich hab zwei FAL-Magazine. Ich hab zwei FAL-Magazine. Wenn ich das jetzt aufnehme, zieht mir das wieder ein bisschen von der FBS runter und spammst du was mit F permanent? So, mach mal anfangen. So, gar nicht alle da. Ich spiele die damit wegen Chester auf so komigen Helmen. Ich bin gleich da. Wenn du das hier fiesst, ja. Er spielt Psycho. Ja, wo fangen wir da an? Jedes Team, wo fangts an? Komm, du stehst einfach noch nicht mal hier. Ich bin noch da. Hier. Das Garage ist hier, ist die Box. Was war jetzt? Bist du, die Menschen an der Fallsteiger? Oh, das war der Linker. Das ist nicht. Das ist nicht. Soviel ist er. Ich hab hier nur dreigemal. Wählen einen drüber. Ja, der, Daniel Dennis Oh, Dennis Es geht bei mir nicht mit dem Bank Leg an Ich hab nur ne Dose Fisch So, essen Soll ich loslaufen, das verstecken? Ja, du versteckst das schon irgendwo Hier oben irgendwo, ja? Ja, im Umkreis von 500 Metern mach ich Ein Kilometer Na gut Ja, wir können ja nicht alle hier vom gleichen Punkt an fahren Nein, die einen gehen gleich in die eine Richtung, die anderen gehen in die andere Richtung von der Stadt Jetzt was zu essen Nice, danke Kann ich mal sowas auch noch da hinschmeißen Dennis, bist du da? Ja, ich nehm mal den Krieg Ich leg das wegwohin und nun Ja Wo starten die einen, wo starten die anderen? Das muss schon nachher der Mittelkopf sein Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Zeit Ist das so gut, wenn die einen wissen, wo die anderen starten? Soll man ja einfach sagen, die einen laufen direkt und die anderen den? Das fand ich gar nicht gut Ja Und dann sagen wir nach zwei Minuten starten wir Kann man ja machen Wir laufen jetzt einfach so Warte, warte doch mal, bei uns fehlt noch ein grüner Ja Nimm mal deinen blauen Helm ab Nein Ja, der irritiert mich auch, da denkst du Ja, das ist Victor Hallo, ich hab keinen Helm sonst auf Und hast du Pech? Neuer Fech Ihr habt alle Helme auf und ich kein Fech Ja, der eine hat auch noch ne Mütze Schieß den denn hin Ich kann auch meinen Helm abnehmen Wenn...soll ich meinen Helm abnehmen? Tristan Okay, ich... Die schwarze Farbe Detjenner zu leicht, du sterbst jetzt sofort Indinger Rasen sind Mütze Gewesen Ja 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 Es ist irgendwann ein Zombie Wenn wir gleich losdaufen Das ist richtig scheiße Das sind einige Zombies in der Stadt noch Ja Ist vorne also schnell wieder Der mit der Ex der ist glücklich Ich bin da So, mit den...mit der Faust, ey Ah, da steht er Vorsicht Zombie Ich hätte auch mehr Bock zu schießen Dann treffe ich noch jemanden Ja Ich hab glaube ich alle Ja, Kippchen Scheiße, da hoch kommt einer, echt das wird spannend Das denkt, wie wird er hier unten ein paar mal liegen, sag ich die Box Überwachst Wenn ihr da mal, ähm Hochzoomt, also ihr könnt gar nicht nach oben ziehen Sind wir ready oder nicht? Dann musst du weiter nach hinten Naja, wenn du zu weit vorne stehst, ne? Da kackst du glaube ich ziemlich schnell Hallo Ich bin ready Ich bin ready Hallo Hallo Okay, von hier aus geht's schon Naja Ja, dann verteilt euch, wenn ihr viel Zeit Victor, dann steh Ich renne den Schwarzen hinterher erstmal Kommt nochmal her hier Damit die glücklich sind Und wir jetzt anfangen können So, da los, ne? Da los Da los Da los Da los Da los Das ist grad noch Halt Zeug, 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 zeug Spassig, spassig, Jungs, was ihr da macht Könnt ja schon mal eine abschießen Victor, magst du Asiaten? Na, ihr lauft eine Minute lang in die Richtung Und wir laufen eine, zwei Minuten hieß es eben noch Ihr kommt da 500 Meter und die kommen 100 Meter hier weit Weil sie so Umweg machen müssen Weil Na, wir laufen glaube ich auch nicht so weit, ne? Hallo Kackfeld noch Aber das ist schon richtig so Die Laufseite Ich mach Stoppuhr an Wer glitscht hier vor mir? Das ist für die Gegend, ey Kommt Jungs Gib Gas Nach zwei Minuten Bis zum Beispiel euch dann zu und sag Gott Und nicht pushen und irgendwo Dreck schon hier vorne in den Bäume drinsitzen oder sonst irgendwas Laufen Laufen Ich geh auf den Kran Ich geh auf den Kran Genau Wecker, geh oben am Kran Für Opfer Wer als der erste Weg zu töten hat verloren Ich mach nicht alle Opfer hier oben Können wir jetzt endlich anfangen Können wir jetzt endlich anfangen Geh los Geh los Geh los Geh los Ja bitte Wo bist du? Hier oben sind Ich esse ihn noch Ich kann mich überleben Ist es egal in welche Richtung Ja so ungefähr hier Oder wolltest du da oben dabei? Ne ich wäre dann runter in die Küste gelaufen Und von unten gekommen Ich glaube wir immer noch mal Ich weiß nicht Ich weiß nicht Das hier begrenzt ist Wohin hier oben war Nichts zur Küste Da laufe ich auch in den Wald Das ist wahrscheinlich auch schon zu weit Der Wald ist keine gute Position Das ist eigentlich nicht so geil Ich sehe euch beide Ich sehe euch alle beide Gruppen Ich würd sagen Es ist gerecht wenn ihr jetzt startet Wirklich Es ist gleich Also ein schnelles Viergruppe Das hier ist es Wo wart ihr noch hin Jungs? Die laufen hier über den Freifeld Wir zurück Wir sehen uns dann die ganze Zeit Ach Von wo denn? Wir sind doch auch da hinten Hinter den Häusern hoff ich Schauen wir hier an die Mauer ran Eine Minute dreißig ist um Einer nach oben in den Wald Ja einer kann da rein ja Ich geh in den Wald rein Ich geh in den Wald rein Ich kann da ein bisschen scouten Ich geh in den Wald rein Kommt ihr hier mit mir an? Wir sind schon groß jetzt Nee doch nicht Also wir haben die Sonne auf der falschen Seite Also wir sollten alle über den Wald gehen Das stimmt Echt ein bisschen Zwei Minuten sind um Ja Also zwei Minuten sind um Also zwei Minuten sind um Ja ich decke die andere Flanke Aber hier könnten die überall kommen Ich glaube die sind in Double Green drin Die sind immer nach der Dings Was suchen wir eigentlich? Gelbe Barsche Ja Die sieht man Ihr habt ja bessere Rechner als ich Also ihr müsstet das sehen Ich glaub der Schuss kommt aus dem Wald Der habe ich nicht gehört Kam gerade ein Schuss? Nein der von vorher Hab ich auch meist gedacht Ich seh diese Box Von meinem Platz Ich weiß gar nicht wo du bist Der Nutella Bist du auch noch oben im Wald? Ja Ich bin auf dem Kahn Ah du läufst vor mir gerade Ich habe nur ein Spiel Wo? Ja das bin ich Bin ich Hallo Ja Weil das Zauber bis hierher Ja Ich wollte nicht dass sie noch weiter oben sind Ja ich bin jetzt da wo die ich da wo ist Ich bin ganz oben gewesen Sollen wir auch mal runter in die Stadt Vielleicht irgendwie über den Supermarkt oder so Komm mal von der anderen Seite, da wo wir herkommen, dann kommen wir von der anderen Seite. Ja ja, genau, wir kommen von da und dann Richtung Supermarkt los. Lass mal kurz Atem wegkommen. Ja. Fuck, 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 fuck. Mal nach hinten. Ich bin bei den Garagen. I'm dying observation. Hast du was zu essen dabei? Nein, leider nicht. Gibt es da irgendwelchen Apfelbäumen? Oder findest du da was? Find die Box. Kann der Salin drücken, falls es zu schlimm wird. Oh ja. Jetzt schon? Ja. Ich glaube, ich bin in 30 Sekunden oder sowas tot. Shit. Ich sehe nur ab und zu einen flitzen. Ja. Ja. Ja, dann is mal irgendwo was. Is irgendwo Apfel. Ja, lass jetzt mal runter. Vielleicht hinten schnell was. Gib mir einfach so einzelne Apfelbäume auf überall. Ja. Lauf runter. So, ich sehe dich da rumflitzen. Tags. Mhm. Die sind jeweils Zombies, ne? Pass auf. Ich fütze die hinterher. Ja. Ich hoffe, dass du da Blechschäune mit dem blauen Ton. Mhm. Oh. Schwarz. Ah, okay. Unser, ja. Ich sehe dich runterrennen. Jo. Ne, ich bin nach dem Krankenhaus. Da kommen die direkt bei mir. Ne, hinterm Krankenhaus. Ein Hügel runtergerannt. Hier gibt's noch mal Essen in den... ...Kern, oder nicht? Garage. Ah, hier ist leider nichts. Oh, Säcke. Wo ist denn der Victor? Oben, auf dem Knall? Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe Apfelbange. Gibt's denn eine Entdeckung? Ja, ja. Oh, ich hab Zombie. Ich hab grad jemanden... Ja, ich mach jetzt den Zipf. Ich zeig einfach in die Richtung. Wo das Teil ist. Ich mach den mit dem Knopf aus. Kurz, hier. Ja. Ich hab jetzt den Blick auf das Spielziel. Wenn da einer hochkommen sollte, dann schieße ich den. Victor, siehst du mich? Oder ich schieße auf ihn? Ja. Du bist doch unter dem... ...Kran, ja? Ne, du bist woanders. Ich zeig einfach in die Richtung, wo die scheiß Box ist. Ah, nice. Du hattest schon gesehen. So, kann weiter gehen. Die Sonne ist echt schlimm. Nee! Noo! Ja, ist das noch was? Ja, ist das noch was? Ich habe schon so viel von der Stadt gesehen, ihr habt die scheiß Boxer nicht gesehen. Ich auch nicht, ich weiß nicht, was der Viktor da wieder gemacht hat. Ja guck in die Richtung, es ist in keinem Haus drin, aber es ist in der Stadt drin. Ich habe euch zwei Punkte gegeben, wo ich war. Ich weiß keinen, wo du warst. Ich habe Garagen gesprochen und ich habe über den Panzer gesprochen. Meinst du, ich war bei beiden? Ja, dazwischen irgendwo. Da war ich! Ja, deswegen ist es unfair. Du läufst dann vorbei und man geht da nicht drauf. Weil das schon so langweilig ist. Wo bist du hin? Ich bin gerade erst vom Supermarkt. Okay, ich weiß wo. Ich weiß wo das scheiß Spiel-CLS. Ich lauf jetzt über die Straße. Komm mit, deck mich mal. Deckst du mich? Ja, ich guck. Ich bin auf dem Gerüst. In den Supermarkt eher Richtung Küste. Hier ist das Spielziel. Was ist das? Wir nehmen alles auf. In die Hand. Ich muss Platz machen. Weg. Für Schritte. Ja, schieß bitte alle, die jetzt wieder im Schnee haben. Wenn ich jetzt da hochkehre, die werden sicherlich auch Ängern haben, wie da draufziehen. Ich bin da langfristig. Wir haben da langfristig einflüssig. Ich bin da langfristig. Ich bin da langfristig. Aber dann würde ich nicht mehr besser laufen. Oder was ist dann der Reise? Ich bin da langfristig. Ich bin da langfristig. Spieler 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 Oh ja grün vor mir Ja renn nach hinten weg Ok ich muss kurz in Deckung gehen Er ist Supermark dahinter Einer ist rechts hinten weggerannt Ja bei dir Ich höre Schritte Ja, das bin ich, bin ich. Er blutet auf jeden Fall. Von Seiten, dass du vielleicht unmächtigst, gibst dich im Zahn oder wie. Naja, ist noch weitergelaufen eben, als ich ihn noch gesehen habe. Geht er mich? Und der Leiter? Ich bin ja unterbeschossen bei der Leiter von zwei Seiten. Wir kommen zum Supermarkt. Ich bin getroffen. Boah, ich habe einen. Wer hat mich da erschossen? Einer ist im Haus drin mit den blauen Türen. Nutella, da wo wir waren, bei dem grünen Haus. Da ist er hingelaufen. Er hat uns umrundet. Okay, ich bin schon am Brunnen in der Mitte. Wir müssen hier ordentlich schießen, wir kommen da nicht hoch. Wir decken das viel zu sehr. Aber ich habe einen voll getroffen. Der müsste eigentlich auch tot sein. Wollt grad dich decken, aus dem Haus raus. Habe ich ihn gesehen an der Mauer. Aber ich camp jetzt erstmal ne Runde. Da beim Kran sind einige. Ja, aber das können nur noch zwei sein. Einer hat nen Helm auch für uns an denen. Ich würde ja schon gerne wissen, wer tot ist. Victor, du weißt ja wer tot ist. Wie viele sind wir noch? 2 gegen 2, oder? Das müsstet ihr wissen. Wer von uns sieht denn noch? Die sind sicher auch nicht sicher. Überlebt noch? Ich? Ich auch noch. Attackst du dich mehr? Ich bin tot, ich habe aber auch einen erschossen. Bin mir sicher. Hat er nicht überlebt. Okay, laufen wir mal nen Kran einfach rum. Tut mal so aus, wenn wir hier spielen. Dann wurde der Hund rum. Einer ist in dem Haus gegenüber vom Krankenhaus. Das dreistöckige. Da sind mehrere. Da wurde ich... Also da habe ich ein Feuer gefestigt. Und dann bin ich auch gestorben. Ich gehe auf das Krankenhaus raus. Ihr seid noch zu dritt. Vielleicht bin ich auch tot. Ah scheiße. Also 2 gegen 2 wahrscheinlich. Wo sie auch im Sieberspielen, ne? Der mich getötet hat, wurde aber auch schon schwer verletzt von Nutella. Welches Haus genau? Genau. Genau Mitte Krankenhaus gegenüber. So noch genauer kann ich es dir nicht sagen. Tut mir leid. Spannendes Spiel. Ich schrei ihn zu. Ich bin tot. Die haben das Spielziel jetzt. Die haben das Spielziel jetzt. Denk einfach. Die sind beide bei mir. Beim Torbogen. Richtung äh... Zwischen den Häusern. Richtung Kran. I see, I see, I see, I see, I see, I see. Ich weiß nicht wie viel ich dir mitgegeben habe. Ich habe einfach nur raufgehauen. Das war dumm. Aber ich glaube ich habe ein bisschen gesprayt. Ich musste schon irgendwie getroffen haben. Kann halt nicht schießen. Kann nur denken. Aber ich sehe einen, ich sehe noch einen. Und einer kommt zu mir hoch. Das sind doch drei Stück? Nee. Das sind nur zwei. Boah, dann hab ich das nicht gemacht. Ich weiß, was die Scheine vorhaben. Granaten. Ausräuchen. Das ist scheiß, dass sie immer wissen, wo wir sind. Wir haben aber viel immer gecampert. Wir haben doch gewartet, dass wir das Scheißlinge wohnen und dann haben sie einfach nur... Sie haben zu zweit beim... beim Kran gecampt. Ganz schön feige, ey. Sie waren noch zu dritt. Sieg! Wir haben die Äpfel hingelegt! Wir haben die Äpfel hingelegt! Wir haben die Äpfel hingelegt! Ich hab dich nicht gemacht. Schitter. User joined your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ja, fantastisch. Fantastisch. Und wer? Was denn jetzt passiert am Ende? Das weiß keiner. Ja, ihr habt doch die Box nach Hause gebracht. Nutella lebt noch? Du warst der letzte? Dann haben wir doch Dose erwischt. Ich war oben im Dach gerade. Die Dose? Ich krieg jetzt eine Handgranotte. Ey, hab ich mit meinem Spray überhaupt irgendwas getroffen? Beim Turbo? Nein. Und schon vorbei. Alter, was für Szenen. Du hast aber so gekriegt. Die Box ist voll kaputt. Ich konnte meine ganze Mission ausschießen. Ey, wer war das im Haus? Der Dennis hat dich getötet. Habe ich ihn nicht getötet? Nein, ich war bewusstlos. Und ich hab ihn wieder zusammen geflickt. Und wer war oben im Wald? Nicht schlecht. Das waren Alu-Karte und ich. Und wer ist gestorben? Habt ihr uns beide gesehen? Alter, nur Alu. Aber da hat noch einer nachher geschossen. Wer war das? Ich nicht. Ich hab meine SVD in den Tannen liegen gelassen. Ich hab einmal Dose eben in den Rücken geschossen. Da. Ich hab den gesehen. Wer da gerade den Supermarkt langlaufen wollte. Ja, weil Uchela schon vorgerannt ist. Und dann wurde ich hinterher. Boah, das war so einen Millimeter knapp. Ich hab ja noch geschossen. Ja, hab ich gehört. Alter Schwede. Das im Gang war spannend. So knapp. Gang, die Runde war geil. Wie der gekriegt hat. Boah, Mann, ey. Ich steh nur wieder nach hinten. Und dann da 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 da. Und ich sag noch zum Dennis. Ey, der war hier links. Ich hab den angeschossen gehabt. Ja. Dennis, hast du mich gehört oben im Haus? Ne, egal. Ich fand einfach mal vor mir. Das ist mir voll in den Schrecken eingehört. Ich weiß nicht, ob ich die ähm... Ich guck von oben runter. Hab dir grad auf den Kopf gezielt. Auf einmal rennst du weg. Und ich so, Scheiße, hat mich gehört. Ich hab aber Neo getötet. Ich hab vorher hier einen beim Kran rumlaufen sehen. Und dann hab ich auf den geschossen. Und bin dann erstmal weggelaufen. Ins Haus rein. Weil ich ihn von oben halt sehen wollte, wo der hinteren. Dann warst du da. Aber ihr habt gar nicht die Kiste gesucht, ihr Noobs. Ja. Weil... Ich hab die Kiste gewonnen. Ich lef hier die ganze Zeit am Panzer und so überall rum. Und ich denk mir die ganze Zeit... Ich wollt schon sagen, wo hat der die versteckt? Will der mich verarschen? Dann sind wir hinten... Die lag auf dem Gerüst. Ja. Wir haben sie gewonnen. Auf welchem Gerüst? Ach, habt ihr die Kiste schon gehabt? Wir haben die Kiste gefunden. Ich hab sie gefunden. Ja. Auf Nutella wurde geschossen. Ja. Ich hab nicht geschossen. Ohne Witz. Ich hab mein S-Hotel weggepackt und wollte euch umlaufen. Ich bin dann von hinten, von der Richtung wo ihr kamen, bin ich runtergelaufen. Ja und wer hat auf Nutella geschossen? Einer von euch, keine Ahnung. Ich nicht. Nein. Und Livestreams dazu. Und dann können die Leute auf die Gruppen wetten. Aber das hat jetzt mal richtig Spaß gemacht. Das Finale war jetzt am geilsten. Wir könnten ja ein Offenheim. Das Finale war scheiße. Ey, ihr habt euch echt knapp hier an den Mauern verpasst. Und vorbeigelaufen. Dann noch Zombie dazu. Der eine der den Zombie abgeknallt hat. Der hat schritten gehabt. Ja, ich hab ihn ja gesehen, wie der da hinten lang gelaufen ist. Und dann hab ich eigentlich gedacht, dass er zu meiner Tür kommt. Und dann durch dieses scheiß Scope, konnte ich das nicht genau sehen. Und hab ich einfach geschossen. Und wer hat uns auf dem Platz gesehen? Das war ich. Hast du uns aber nicht getroffen? Ja, ich war voll aus der Puste. Ich bin ja die ganze Zeit am Rennen gewesen. Und dann bist du da hinten weggelaufen? Ne, ich bin da hinten weggelaufen und bin hier wieder reingekommen. Hier. Zwischen der Mauer. Und dann hab ich den Doso oder so angeschossen. Und dann hab ich genau gewusst wie du spielst. Äh Felix. Hm? Ich hab genau gewusst wie du spielst. Ja, ich hab einmal richtig schon mitgekommen. Hätt ich geredet, wenn wir bestimmt irgendwo nebeneinander gestanden. 100% Ich wollte gerade die Kiste abgeben, mein Kran, dann war ich auch so unter Beschuss, bin ich zurückgelaufen. Und dann bin ich einmal vor deinem Scope gelaufen. Und dann hab ich ordentlich ja mitbekommen. Und hier ist er versteckt. Und dann hieß es, äh Dose ist gefallen und dann musste ich irgendwas machen. Und dann hab ich mal ab. Und dann wusste die aber genau, dass ich da im Torbogen war, ne? Nein, ich wusste nur, dass du irgendwo da in ein Haus reingerannt bist. Weil ich dich ja getroffen hab. Du bist in ein Haus reingerannt. Und da musstest du ja, du kannst ja nicht weit von uns weg gewesen sein. Und deswegen hab ich gesagt, der ist irgendwo links da. Und dann standst du direkt im Torbogen. Und ich hab das erstmal gar nicht gecheckt, dass du das bist. Wer hat dich hier gerade erschossen? Wer war das? Ich. Ich? Ich? Aber wo sind die Flüge? Ja, ich war eh bei mir und am sterben. Ich war die ganze Zeit Star-Way und Firsty. Aber den Geohaps müsste ich weggefahren sein. Der war erst im Wald und dann waren er da hinten her. Ich dachte, ihr seid, ich dachte ihr habt euch gesplittet. Zwei im Wald und zwei in die Stadt. Dann wollte ich von hinten von der Stadt angreifen. Und dann war ich in so einem Haus und meinte ich dann noch eh vier Schritte. Und dann schieß ich auf die Tür und dann seh ich, oh grün, hör auf. Und Manuel dann rittet er im Tod. Weil der Grün platzt. Aber Felix hat echt viel ausgeholt. Ich hab da so viel reingestet. Ihr beide habt da ganz schön viel reingestet. Das hat mir jetzt geklungen. Ich dachte... Bei mir sah das so aus, dass du da bist. Du stehn, du stehn, du stehn, du stehn, du stehn, du stehn. Die Waffe einfach noch lange. Wenn ich wollte konzentrieren, dann wollte ich nicht mehr die Leiter gehen. 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 Das ist hier dann schon mal gern, Adel. Und dann waren wir erstmal die ganze Zeit noch hier. Haben wir geguckt, ob wir jetzt die Box finden. Und dann ist mir das eingefallen, dass jetzt schon einer von euch die Box haben konnte. Und dann hat er alle die gefunden. Und dann hat er alle die gefunden. Und dann kann einer die AKM aufnehmen. Nein, 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 nein. Da ist sowas schon so gut. Die ist eh kaputt. Wir haben drei Beispiele. Das ist natürlich nicht. Jetzt machen wir jeder gegen jeden. Nein. Nein. Ist der erste der Druck? Fuck. SVD ist da. Ich lebe das im Bett. Guten Abend. Guten Abend. Danke schön. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020